Guten Abend und willkommen zum 14. Türchen. Das Schweinchen-Adventskalender von InstaPiggis, die haben auch süß, ihr habt alle Lust, ne? Sind schon alle bereit? Die drehen sich auch gerade alle. Was ist da wohl drin, was die schon riechen? Ich glaube, die wissen, was es gibt. Es gibt Gemüsekugeln, deswegen drehen sie sich auch wie die Bekloppten. Ah, Gemüsekugeln. Okay, da brauchen wir nix zu sagen, oder? Das lieben unsere Schweinchen über alles. Mach da ruhig ein paar mehr rein. Das gibt es bei uns nur als Leckerli eigentlich. Nami, da unten. Also Gemüsekugeln mögen alle Hina auch. Obwohl Hina das zuerst nicht so mochte. Ach, da ist Hina. Aber sie mag es auch. Bei Hina musste mir ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten mit Gemüsekugeln. Aber sie liebt die auch. Sie ist auch ganz in der Nähe. Mal gucken, ob sie sich traut. Oder willst du ihr was geben? Nami, ich will da keine Ahnung. Komplettiges Bild. Mal gucken. Jetzt kriegst du gleich im Nachhinein in was. Ja, die hört ja, dass es was gibt. Vielleicht kommt sie gleich. Hina. 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 Hina nimmt auch immer zwei in den Mund. Ich glaube bis zu drei schafft sie sogar in den Mund. Und Bumi schafft auch zwei. Aber Nami ist gar eine gentle Frau und nimmt nur einen. Ja, ich glaube Hina sehen wir heute nicht mehr. Die gehen auch von dem rechten Eingang zum linken Eingang. Du bist ein bisschen verwirrt glaube ich. Und ist leer jetzt? Ja, sie kriegt gleich. Ja, sie kriegt gleich. Nicht so viel Leckerli. Sie werden nur dick. Ihr seid schon alle dick. Quatsch, die sind doch nicht dick. Die sind bummelig und süß. Ja, das auch. Die kann ja auch süß sein. Ja. Die kann nicht mal was negatives sein. Ja. Und jetzt gucken sie sich so an, als ob Hallo, das war schon. Ja, das ist Nami dann natürlich beim Häuschen. Gibt es jetzt Hina nochmal eine? Ja, versuche ich. Ja, geht doch. So ein großes Stückchen gekriegt. Ja. Kannst du ruhig noch ein paar reinmachen. Ja, wir können ja sonst auch fürs Video. Machen wir eben. Okay, Nami, das war aber nur so eine halbe Drehung. Das war eine ganze Nami. Ja, Nami hier. Vielleicht alles ein bisschen außerhalb. Gumi. Macht nichts. Das hatten wir ja letztens erst mit den Knabberherzchen. Gumi. Guck mal hier. Das Kälbchen da mal raus. Wie sieht es Hina aus dem Häuschen? Guck. Naja, dann legt ihn ja auch nochmal eins. Wieder so ein großes Stückchen. Da sind voll die großen Stückchen manchmal mit dabei. Das ist doch richtig gut. Ja. Kannst du die Kamera drehen? Dass man das noch sieht? Der ist in dem Zeitraffer halt auch, ne? Das für Instagram wäre das ja auch mit drauf. Kann ich aber machen. Ja, dann mach das mal. Dann sieht man, wie sich Hina da aus dem Haus guckt. No, und jetzt kannst du hier noch eine. No, unser kleiner Star. Mhm. Sie trotzt sich doch, ne? Aber nur ganz, ganz langsam. Sie ist wie so eine kleine süße Schildkröte. Mhm. Komm ich hin. So noch, ja. So, komm ich. Du hast du was für einander. Und jetzt noch mal ein bisschen Zeitraffer, oder? Ja, morgen? Ja. Okay, dann sehen wir uns morgen am 15. Tütchen. Genau. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020